In unserem Beispiel war der Maschineneinsatz kurzfristig ein fixer Faktor, der Arbeitseinsatz dagegen variabel. Betrachten wir zunächst einen kleinen Betrieb mit der Maschinenausstattung M1. Wenn der Betrieb seine Produktion ausweiten möchte, dann geht dies kurzfristig nur durch einseitige Erhöhung des Arbeitseinsatzes. Dies entspricht im Input-Diagramm einer Bewegung parallel zur Arbeitsachse nach rechts. Mit der Ausweitung der Produktion erhöhen sich die Kosten. Bei Annäherung an die Kapazitätsgrenze wird die kurzfristige Kostenkurve sehr steil, die Grenzkosten steigen kräftig. Nun betrachten wir einen großen Betrieb mit der Maschinenausstattung M2. Auch hier würde kurzfristig eine Erhöhung der Produktion nur durch mehr Arbeitseinsatz möglich sein. Dabei kommt dann diese kurzfristige Kostenkurve zustande. Der Vergleich der beiden Kostenkurven zeigt, Unternehmen 1 hat niedrigere Fixkosten als das größere Unternehmen 2. Solange die Produktionsmenge kleiner als x Stern ist, produziert Unternehmen 1 kostengünstiger als der Großbetrieb 2. Wenn nur diese beiden Betriebsgrößen als Alternativen betrachtet werden, kann man durch entsprechenden Wechsel der Maschinenkapazitäten die Kosten niedrig halten. Die Mindestkosten, mit denen produziert werden kann, folgen damit dem gemeinsam gebildeten unteren Rand der beiden kurzfristigen Kurven. Dies wäre eine erste, allerdings nur sehr grobe Annäherung an die langfristige Kostenkurve. Wird der Expansionspfad vollständig bestimmt, erhält man die exakte langfristige Kostenkurve. Nur die zu den Minimalkostenkombinationen gehörigen Punkte liegen auf der langfristigen Kostenfunktion. Es zeigt sich, die kurzfristigen Kostenkurven berühren die langfristige Kostenkurve genau an der Stelle, wo Minimalkostenkombinationen realisiert wurden. Die langfristige Kostenfunktion beschreibt so den gemeinsamen unteren Rand aller kurzfristigen Kostenkurven.